ist oder nicht wirklich hätte sein kann immerhin nicht da ich könnte mir gleich noch mal da sagte was nämlich mit ein paar stöckern und ein bisschen Eisen sollte das doch möglich sein meine gleich zwei selbst die Skizze die ich gemacht habe ist zimmer ich eine Skizze hast du dir gemacht ja ich hatte mal am Bahnhof genug Zeit gehabt mir hatte man die Skizze das Haus werden soll zumindest von der Breite und Länge her ok ja mein Gott auch nicht ne ähm sieht ja hier wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa na 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 ups Tja, also erstmal wieder... Oh, das ist natürlich ungünstig, Sascha. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wa? Oder ich lasse einfach Erde stehen. Das geht natürlich auch. Ja, schmeiß doch das ganze Holz weg, genau. Machen wir es doch einfach mal so. So werde ich es machen. Habe ich noch Koblet? Nee, nee, natürlich nicht. Das war ja wieder typisch. Äh, ja. Klasse. Wie viel von dem anderen Holz habe ich? Ach, ich muss mir mal hier was einfallen lassen. Hier habe ich doch schon wieder Scheiße gebaut, ey. Das ist doch kacke. Okay. Hier könnte man jedenfalls... Ja, halalalala. Wenn ich den wegbaue, dann ist ja das Wasser ja auch weg. Das ist natürlich ungünstig. Ja, mein Gott. Dann müssen wir das halt erstmal so lassen. Da fehlt uns bestimmt noch irgendwas Sinnvolles für einen, für einen, meine ich. Genauso wie für das Haus. Da brauchen wir auf jeden Fall Kobblestones. Das ist doch interessant. Das ist doch interessant, glaube ich. Ja. 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 Das ist das Hauptding. Okay. Huch. 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 Geht auch mal rein. Hm. Erde. Erde, 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 Erde. Oh. Habe ich gerade was anderes weggepackt? Naja, egal. Gut. Das Glas können wir auch erstmal wegpacken. Das braucht man nämlich auch nicht. Mh. Bedingt. Ähm. Auf jeden Fall brauche ich Kobblestone. Das steht fest. Habe ich noch eine Spitzhacke? Ja. So eine halbe habe ich noch. Da muss ich mir wohl noch eine neue machen. Zauntour. Genau. Das Zauntour wollte ich hier noch was mit hinpacken. Ja. Huch. 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 Da sind Parents da Verrotten von mir aus. Sehen. Interessiert mich überhaupt nicht. Aha. Zack. Wunderschön. Jetzt brauch ich nur noch Kühe sagst du, hm? joo Die hat man mit Weizen... Normal Weizen gekriegt, oder? Jupp. Wo ist das noch mehr? Müsste noch mal alles reizen. So. So. Dann wollen wir auch mal gleich den ganzen Kladderadatsch wieder anpflanzen, bevor wir auf große Wanderschaft gehen. Na, so. Wunderschön. Karöttchen können wir auch gleich mitnehmen, falls wir Schweine finden. Das ist ja... Naja, gut. Es lohnt sich sowieso nicht. Ich kann nur eine Tierart mitnehmen. Moku! Komm zu mir her! Guck mal, was ich Feindes hab! Hallo! Komm, 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 komm! Ja, du bist toll! Küm, küm, küm! Moku! Jawoll! Bist ja keine Seekuh! Hahaha! Komm her, hier! Hopp! Nicht tanzen! Mitkommen! Hopp! Komm! Ja! Ja! Ach, jetzt kommt diese beknackten... Doch, kommt so... Ah! Komm her! Komm! Danke! Ja, geh! Komm! Komm hier hinten her! Komm hier hinten her! Bei Fuß! Also! Diese Kühe sind auch nicht mehr das was immer rein. So, jetzt hab ich gleich die Axt in der Hand zum Schlachten. So, jetzt brauchen wir noch ne zweite. Und die Sonne geht schon wieder. Und da sag mal! Wir können das mal ein bisschen verlängern, diese Zeit, das ist ja schrecklich. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Viech, ey. Oh, ich muss noch eine Kuh werden, bevor es dunkel wird. Ja, alles klar. Mathos will bestimmt auch, bevor es dunkel wird, unbedingt eine Kuh werden. Der sagt überhaupt nichts mehr. Du kommst mir gerade ein bisschen abgehackt vor. Ach so. Ich glaube, bei mir... Ja. Richtig. Ich habe auch kein Wort verstanden. Das ist ja ganz super. Aber auch keine Ahnung, woran es liegt. Sehr ungünstig ist das, ne? Ja, ziemlich. Also ich bin jetzt im Bett. Moment. Ich muss kurz noch was abholen. Ach so. Da, liegt jetzt auch. Na, guck. So. Wanderschaft Nummero zwei. Die Suche nach der Kuh. Bist du bescheuert, Alter. Los, los. Geh weg. Oh. Oh. Hallo. Mann. Es stehen hier lauter Creeper vor meinem Haus. Diese elendigen. Ach, das ist doch Katjes, oder was? Gehen wir halt in die Richtung und suchen. Ah, da sind bestimmt auch viele hier, aber... Ne, da ist eine Kuh. Ah, ich habe eine Kuh gefunden. Gar nicht so weit weg. Komm, Munchen. Ah, Skelett. Komm, schnell. Schnell, 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 bevor es mich sieht. Ich habe doch keine Zeit für. Komm, 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 komm. Ich darf erstmal ein Loch füllen, was ein Creeper gesprengt hat. Schlimme Scheiße. Komm. Hallo. Oh, du dämliche Ziege. Ach, ne, Kuh. Bleib nicht stehen hier. Komm, he, hier. Du, komm. Jetzt kommt dieses Skelettviech an, ey. Ich kriege die Krise, ey. Munchen. Komm. Munchen. Oh, diese dämliche Kuh. Komm. Ja, 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 ja. So ist fein. Ach, ne, ich muss da hin. Komm. Komm, 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 komm. Du komm rein hier. Komm. Du bleib da nicht stecken, komm rein. Ja, geh doch. Oh, Gott. Ha. Juhu. Zwei Kühe. Hey. Dann machen wir mal ganz schnell drei draus. Klopp. Da ist sie. Oh. Wie niedlich. Willst du auch was essen? Du kannst noch nichts essen. So. Jetzt haben wir schon mal die zwei, äh, drei Kühe. Das ist doch schon mal schön. Da oben steht der andere Ochse. Der kommt leider zu kurz. Aber egal. Gut. Äh, äh, Möhrchen können wir trotzdem mitnehmen. Aber ich brauch... Warst du das gerade? Ja. Ja. Alter, musst du mich so erschrecken. Ich hab gedacht, da läuft sonst was rum. So sollte es auch aussehen. So, Hühner. Sind hier irgendwo Hühner? Äh, in die Richtung waren Hühner. Oh Gott, wie soll ich denn die Hühner von da hinten herkriegen? Ähm, Samen für. Ja, das weiß ich. Pferde kriegt man ja so nicht, ne? Die musst du irgendwie anders fangen. Die musst du, äh, nur damit im Sattel reiten. Oder mit einem Dingsziehen, ähm. Mit dem Seil. Du weißt nicht, wie das Ding heißt. Und man kann so ein... Okay. Ähm, hier ist noch Glas. Ich brauch hier erstmal Zaun, ne? Ich muss ja erstmal noch einen Gatter bauen. Ne, es sind Leitern, was ich hier baue. Das war ja wieder cool gemacht, ey. 16. Das wird doch nichts. Obwohl für Hühner braucht das Gatter ja nicht ganz so groß sein. Einen halben Quadratmeter pro Huhn muss reichen. Oh, oh, oh. Ah, ich hab nur noch vier. Das wird nix. Mama. Ne. Fehlen mir noch mindestens acht. 19. Jutti. Dann brauchen wir Holz. Ach, Holz. Ja, wunderbar. Holz kann ich... Hab ich ja genug. Da kann ich ja Stickies von bauen. Oh mein Gott. Man kommt aber auch auf die einfachsten Sachen, nicht? So. So, das reicht. Dit reicht jetzt aber auf jeden Fall. Also, das ist das ist etwas... Dann findet ihr schlecht. apryne. Wir haben's... Es sind ja sie müssen.